Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Es ist compulsory an Bord der Bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com. We send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now we can finally see you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. We hope you have a great day! We hope you guys have a great day, although we will be a good day. We will be happy for you soon to see a couple of days after a few times. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's. Hello and welcome, Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Guten Tag. Das war's für heute. Das war's für heute. Unser Team. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute, 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 Das war's für heute,